Das hier findet nur einmal im Jahr statt. Ich spreche vom Windfestival in Fula City. Es könnten hier irgendwo Pokémon leben, von denen wir noch nie was gehört haben. Verstehst du, Pikachu? Seid ihr beide wegen des Windfestivals hier? Na klar doch. Welches Pokémon ist das? Ah, das ist das legendäre Pokémon Lugia. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Feuer kommt näher! Lugia kam und löschte dieses Bergfeuer. Seitdem leben die Bürger dieser Stadt glücklich und zufrieden. Es gibt Probleme. Der Wind soll sich gelegt haben. Wir dürfen die Bürger nicht in Panik versetzen. Zuzusehen wird nicht helfen. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt lieber versuchen, Fula City zu beschützen? Ich renne nicht weg. Ich will meine Forschung dazu nutzen, Menschen und Pokémon zu retten. Ich weiß nichts über die Vergangenheit, aber wir sind jetzt hier bei Ihnen. Mit einem Pokémon hat man das Gefühl, dass Muskeln und Geist stärker werden. Und das nennt man Pokémon Power! Im BlattIEL Ich weiß nichts über die Vergangenheit. Das ist süß, dass du sie das mit einem Menschen in der Weltkern gedrehen. Und das ist ein Schuss, dass du siest, dass du siehst, dass du siehst, was einfach mal ver... Ja, ich bin ja nicht übernommen. Es geht nicht um, dass du siehst, dass du siehst, was... Was ist ein Schuss, dass du siehst, was mit einem Gutier. Du bist du siehst, wenn du siehst, was uns ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020